... ... ... ... ... ... ... Okay, dieses Mal scheint es besser funktioniert zu haben. Oh, man könnte da hoch... Das habe ich vorher zum Beispiel gar nicht gesehen. Da war doch... ... eine Leiter, glaube ich. Oh! Okay, wir... ... gucken uns das gleich an. Ich will erst noch in diesen Gang, in den ich vorher nicht rein konnte, weil mich die Walker überrascht haben. Komme ich da aber rein? Nein, da komme ich nicht rein. Okay. Die bringt uns aber nix. ... 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 Vorräte! Wir gehen da zu Pichern, aber wir können... Nichts anderes mehr machen. Okay. Wer bist du? Uhhhhhhhhh! Es ist alles gut. Es ist okay. Ich habe keine Probleme. Wir haben auch keine Probleme. Wir haben auch keine Probleme. Das ist das Grund, dass du gut bist, um sich zurück und wegzunehmen. Jetzt. Schau, ich bin sorry, dass ich dich verletzt habe. Ich werde einfach gehen. Du kannst ihn nicht wegzunehmen. Er ist von Crawford. Wenn er zurückgeht und sie wissen, dass wir hier sind. Du bist von Crawford? Sie sagen mir nicht. Ich weiß. Woher kann er sein? Alle anderen hier sind weg. Ich kam hier mit einer kleinen Gruppe, um zu finden ein Boot. Ich möchte einfach rauskommen. Wie geht es dir? Es gibt kein Boot hier. Crawford hat alles genommen. Ja, ich habe gehört. Du kannst ihn nicht vertrauen, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen? Schrauben ihn in die Hände? Warum nicht? Es wäre mehr von mir, als wenn jemand von Crawford uns gezeigt hat. Ich denke, Vernon. Was denkst du, wenn sie wissen, dass wir hier unten sind? Genau unter ihren Fuß. Schrauben ihn. Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Ich kann nicht das Risiko. Ich bin nicht von Crawford. Aber ich habe gesehen, was sie dort gemacht haben. Das macht mich krank. Ich bin nicht wie sie. Und ich glaube, dass du auch nicht bist. Ich glaube, dass du ein guter Mann bist. Das ist doch nicht fair. Ich hab's heute mit dem sterben. Wer bist du? Wer bist du? Es ist gut. Es ist okay. Es ist okay. Ich habe keine Probleme. Wir haben auch keine Probleme. Das ist wesentlich, dass du gut bist, wenn du nachher und verlassen kannst. Jetzt. Schau. Entschuldigung, dass ich dich beschränkt habe. Ich werde einfach gehen. Du kannst ihn nicht verlassen. Er ist von Crawford. Wenn er zurückkommt, dann wissen wir hier. Du bist von Crawford? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Woher kann er sein? Alles andere hier ist tot. Ich kam hier mit einem kleinen Grupp, hoping zu finden ein Boot. Ich wollte nur hier raus. Wie sollst du mich gehen? Es gibt keine Boot hier. Crawford hat alles genommen. Ja, ich habe gehört. Du kannst ihn nicht vertraut, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mich machen? Schrauben ihn in die Hände? Warum nicht? Es wäre mehr als jemand von Crawford uns gezeigt. Ich denke, Vernon. Was denkst du, wenn sie hier finden, dass wir hier unten sind? Schrauben ihn. Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Ich kann das Risiko nicht nehmen. Schau. Wir wollen das nicht tun. Wir sprechen, okay? Was ist das? Du kannst uns nicht sagen, wer du bist. Mein Name ist Leighton. Ich bin Wissenschaftler. Ich will heute nicht sterben. Und ich glaube, dass du mich auch nicht möchtest. Ich glaube, dass du mich auch nicht möchtest. Schau. 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 Ich werde ihn schrauben. Schau. 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 Werner, was du machst? Schrauben ihn. Werner, was du machst? Niemand braucht den Film. Er ist einfach. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Werner, was du machst? Werner! Werner! Ich bin hier, nicht hier, um dich zu schrauben. Ich bin hier. Du bist wirklich nicht aus Crawford? Nein. Ich bin wirklich nicht. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind weg, wenn sie angefangen haben. Wir haben angefangen. Wir haben angefangen. Wir sind nicht die sick und die olden. So dass die perfekte Bevölkerung der Gesellschaft nicht gefährdet. Wir haben keinen Platz für Schmerzen. Wir haben keine Schwierigkeiten. Wir haben keine Schwierigkeiten. Wir haben keine Schwierigkeiten. Wir sind. Wir sind alle Mitglieder der Cancer Survivors Group, die hier in der Krankenhäuser befinden. Wir sind in der Reaktion. Aber das war nicht gut genug für Crawford. Sie haben bereits fünf von uns geschlagen, bevor die resten uns zu holen und wegzüren von ihnen hierheraus. Der ganze Basement hat sich lange verabschiedet. Was ist das? Der Borg? Ja. Die Ironie ist immer auf meiner Liste, wenn ich einen Ort aufzüren will. Wie hast du dich hier gefunden? Ein paar von uns getrennt worden sind durch walker auf der Straße. Wir sind hier, versuchen zu wegzüren. Jetzt nur ich hier raus und zurück zu meinen eigenen Menschen. Das System deszimmer deszimmeres du hast, läuft all über die Stadt. Sie wird dich woher du gehen. Die deszimmer sind wie ein verdammter Schmerzen. Kannst du mir helfen, um meinen Weg zurück zu finden? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Look, sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No, she lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's alright Brie. I had a daughter too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. Schön dass er uns hilft. Fänd ich nett. Oh, hey! Hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? This is Vernon. He's a doctor. He helped me get back here after we got separated. I think you have something that belongs to me. If he's a doctor, he could... Omid. You have to help us. Please. I'll see what I can do. Take me to him. Omid, honey. Where is the little girl? I have a doubt where she is. I just hope I'm scared. Clementine, are you up there? Shit. Where could she be? Hello? Oh, Molly. God. What are you doing? Oh, you know. Just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Where's Clementine? Don't ask me. I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? I don't care about that. I just want to find Clementine. Okay, okay. Okay. Oh. What a painting of her. What is a painting of her. Was ja schon mal nicht schlecht ist Bleiben wir da? Wir sind gut. Wir lassen uns alleine. Und lass den Doktor arbeiten. Clementine! Komm raus! Bitte! Kenny? Oh hey, du hast es zurück. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it. First good thing that's happened since... Kenny, come on, give me that. Kenny, give me the damn bottle. Get the fuck away from me. Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked. Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? I think? That really doesn't help anyone. Thank you very much. It doesn't look like she's in here. But where is it then? Clementine, where are you? Not under here. Dann gibt es wohl nur noch eine Tür.